Wieso sehe ich dich im Stream? Weil ich gar nicht geredet habe, Peter. Wow. Hallo und herzlich willkommen. Wunderschönen guten Abend. Peter ist da, Jay ist da, Sepp ist da. Du bist so ein Spinn. Wir spielen heute Escape from Tarkov. Das wird hart. In EFT laufen so viele Pros rum. Wir auch gleich. Endlich ein kompetentes Team. Sehe ich auch so. Hallo. Das ist doch Kailu. Ja natürlich, Leute, da ist er. Wo seid ihr denn? Peter, wo bist du? Ist die Frage ganz woanders als hier? Oh, ich bin tot. In der Nähe von Resort-Hoteln oder so. Oh ja, nice, Peter. Wie schnell ging das denn jetzt? Das wird ein lustiger Abend. Ich war ganz nice oben, aber ich kann es schon hinchecken. Schießt uns doch safe gleich ab. Ach, Quatsch, Alter. Ich schieß euch doch schießt die Leute ab. Jay ist jetzt schon unter Stroh. Da vor uns ist einer, vor uns ist einer. Oh, Alter, oh, Alter. Nicht offen kämpfen, Jay ist dieser. Was geht jetzt mit meiner Hand? Meine Hand? HAND? Was tust du denn? Ich habe plötzlich einen Surprise Parkinson. Was soll das? Lootet Sepp da erstmal Jay oder was? Ja, die bessere Waffe brauche ich. Komm, lootest Christian. Ja, ich weiß, aber ich habe nichts um, womit solche Verbindungen. Vielleicht hat Sepp Wart. Schießt ihn im Kopf. Ich meine, das ist geil, ne? Ich meine, wir haben fünf Minuten gespielt. Wir haben einen direkt verloren. Jay haben wir nach fünf Minuten verloren. Ey, das ist besser als ich erwartet habe. Hast du gerade auf die Tür geschossen? Achso, läuft. Tritt die ein. Tritt die ein, das ist lauter als schießen, Junge. Kann man sich eigentlich mit E und Q geleden? Wow! Nein, 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 nein. Warum läufst du einfach ums Haus? Alter. Hast du noch Bandagen? Ich war ja, das war auf jeden Fall, das war wieder, das war High IQ Level. Ich habe mal Verbindungen verloren. Was ist das denn jetzt hier? Ja, mach ihn weg jetzt, schnell. Ich kann dich einfach selber abschießen. Ich bin eh raus. Verbindungen verloren, auch rausgeflogen. Ach, echt? Boah, ich ging aber schnell. Jetzt muss ich bis zum Ausgang. Da ist ein Typ. Ist das jetzt ein NPC? Sollte ich auf den schießen oder nicht? Schieß. 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 Ja, ja. Weiter geradeaus. Du musst. Ja, du musst. Ja, ist ja gut. Ist das hier das Lighthouse? Okay, das sieht irgendwie unterwältigend aus. Haha! Nice! Chrissy hat's geschafft! Ich hab's geschafft. War easy. Hab's mal nen Kill gemacht. Not bad. GG. Okay, dann drück ich mal auf Ready, wa? Do it! Die erste Runde war schon mal königlich. Die zweite, die kann... Weiß ich gar nicht. Kann die nur besser werden, oder? Ah! Bei mir schießt einer. Okay, ich bin tot. Der ist im dritten Stock. Ich denke, der hat uns gehört, wie wir untenrum dran sind. Jetzt geht's groß sterben los, Leute. Der ist da ganz hinten durch. Hier, bei mir kommt auch einer. Bei mir kommt auch einer. Alter! Okay, du bist instant tot. Ich hab einen Schuss abgegeben. Schade, ich hab versucht, Peter zu decken. Ah! Alter! Ah, Jay ist ja noch drin. Holy shit, Mann! Ich scheiß mir voll in die Hosen. Alter! Ja, alles klar. Okay, ich bin sowas von tot. Ich hab aber getroffen. Den Spaß kann ich nicht häufig machen. Aber jetzt können wir ja wieder Scaff. Jawoll, da bin ich. Ah, jetzt geht's los. Ich gehe auf Scaff Island, falls mich jemand besuchen gehen möchte. Oh, hier ist einer tot. Ey, da ist... Da bin ich. Ich hab nicht geschossen, Peter, ne? Ich lerne. Voll nice, Alter. Oh, wer war das? Hier ist ein Schuss eingeschlagen. Nicht von uns. Aua, Alter! Alter! Wer hat mich getötet? Ich stand bei uns. Ich stand bei der Hütte. What the shit? Was war das? Player mit Scope und Schally. Google fangen. Go, go. Jay hat Sepp gekriegt. Nee, nee. Nee, nee. Okay, ich bin tot. Er hat einen Headshot gekriegt und ich hab ihn nicht gesehen. Ja, Leute, dann würde ich sagen, ne? Über das Schiff rennen, auf die andere Seite. Auf geht's. Auf dem Schiff. Da sitzt er! Ich kann nicht schießen! What the fuck? Covered down, glaub ich. Ja, also ich kann nicht schießen. Boah, hab ich mich erschrocken. Alter 4, du kannst nicht escapen. Ja, ich bin tatsächlich an der Hütte. Ich find das immer noch so krass, dass ich hier einfach... Also zwischendurch stehen bleiben, auf nem Gelände, ne? Rumrennen und so. Und Peter guckt einmal aus seinem Container hier da raus. Und kriegt sofort einen mit. Nice, Christian, ey. Schon wieder weggekommen. Also ich muss sagen, not bad, ey. Also ich geh hier oben mal zu dem Zaun und warte da auf euch. Sepp ist schon wieder vorgelaufen. Ich... Du müsstest, wenn du jetzt den Zaun lang gehst, Sepp, bin ich da. Okay, aber da genau lief der auch rum. Ah! No, ich bin tot. Also ich hab keine Ahnung. Ja, der ist in dem Haus. Okay, gehen wir ins Haus, oder was machen wir? Wir haben weniger zu verlieren als der theoretisch, ne? Ich würd auch vorgehen. Oh, ne, die hat... Oh, kack! Der ist ja direkt in dem Fenster. Einen Schuss hab ich abgegeben. Äh, ja, dann können wir jetzt nur den PMC nehmen, ne? Da seh ich uns. Äh, Peter, kommen wir uns da was entgegen? Da! Reck ich immer von uns! Ja, du hast absolut recht. Ja, ich seh die da laufen. Oh! Oh, ich werd geschossen! Der ist vor der Wetterstation quasi und ich hab keine Schuss mehr. Wir haben mit der Axt getötet. Lol, ernsthaft. Ja, Digga. What the fuck, Peter? Hab ne Nate gefunden. Nice! Würde ich ja schon mal gerne sehen. Ist immer schön, wenn Jonathan ein explosives Gerät hat. Können ja gute Sachen passieren. Ich drück mal G. Oh Gott! Alter, hat uns die Granate geworfen! Ah ja. Wir sollten hier gehen, glaub ich. Ja, jetzt weiß ich nicht wie die Funktion, aber man muss ja lernen. Wie lange wir noch machen... Oh, ich glaub, wenn die Runde hier halbwegs vernünftig wird, machen wir die noch und dann... Das ist schon ein Hardcore-Game, wa? Ein paar Sekunden später. Okay, ich bin tot. Scheiße, wo ist der hin? Au! Nein, nicht breachen! Oh, du Hure! Wo ist der hin? What? Mal spielen, mach mich fertig. Wo sitzt der denn? Lol. Bin ich an dem vorbeigelaufen im Container? Das wär ein Witz. 58 Schaden hab ich gemacht. Na ja, schade. Wollt ihr noch ne Runde oder sagen wir... That is it. Ich bin auf jeden Fall raus. Dann würde ich das Dig holen. Macht's gut. Tschüss! Danke schön, Tschüss. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.